Und jetzt ein Quick-Tipp zu unserem Buch. Los geht's! In diesem Quick-Tipp zeige ich euch eine Neuerung aus Microsoft 365 für Excel, nämlich die Funktion XVerweis. XVerweis ersetzt im Grunde die Funktion SVerweis. Ich möchte hier nach der Artikelnummer suchen. Dazu verwende ich jetzt die Funktion XVerweis. Ich gebe ein Suchkriterium an. Das wäre hier meine Artikelnummer, nach der ich in der unteren Tabelle suche. Ich nehme eine Suchmatrix. Die Suchmatrix ist die Spalte, in der sich die Artikelnummer befindet. Und nun muss ich eine Rückgabematrix eingeben. Und das ist das Besondere. Die Rückgabematrix, das ist das, was mir angezeigt wird. Die darf auch mehrere Spalten umfassen. Ich möchte zum Beispiel Artikelbezeichnung, Einzelpreis und Lagerbestand anzeigen. Dann markiere ich gleich alle drei Spalten von Anfang bis Ende. Achtet darauf, dass ihr in eurer Ergebnisseile rechts daneben noch Platz frei habt, damit auch die weiteren Spalten angezeigt werden können. Und bestätigt nun mit OK. Und ihr seht, sofort ist Artikelbezeichnung, Einzelpreis und Lagerbestand aufgeführt. Mit S-Verweis wären das Ganze drei Funktionen gewesen. Mit dem X-Verweis nur noch eine einzige. Das war unser Quick-Tipp. Viele weitere Tipps und Anleitungen finden Sie in unserem Buch. Der Link unter diesem Video bringt Sie direkt in den Online-Shop des Bildner Verlags. Hier gibt es das Buch auch als E-Book und als Set. Also Buch plus E-Book. Also am besten jetzt gleich bestellen, sofort downloaden und loslegen. Viel Spaß dabei!